Mein Name ist Alexander Dicci-Wolf, bin 33 Jahre alt, seit 2013 Straßenbaumeister. Es gibt immer Straßen, die ja in den Stand gesetzt werden müssen. Wenn das halt vernachlässigt wird, dann läuft in Deutschland nichts mehr. Wenn du jetzt wirklich so ein Stück Autobahn baust und du fährst dann nach 30 Jahren über diese Baustelle und kannst deinem Sohn dann sagen, hier war der Papa früher, hier hat er mitgearbeitet, das ist ein gutes Gefühl, wenn man an Deutschland mitbaut. Bis zum nächsten Mal.